Lüften Sie das Geheimnis. Lüften Sie das Geheimnis. Bevor Sie der Horror findet. Lüften Sie das Geheimnis? Ja, Ladies and Gentlemen, darf ich Ihnen vorstellen. Home Sweet Home. Ja, lüften Sie das Geheimnis. Das steht so, also hier. Egal. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden heute Home Sweet Home spielen. Ja, ich habe nichts gelernt. Ich liebe Walking Simulator. Nein, tue ich nicht. Ich liebe Egoni. Nein, tue ich auch nicht. Ich habe nichts gelernt. Ich habe Egoni gekauft. Das war Blindkauf. Und das Spiel war echt nicht gut. Ja, und ich habe nichts gelernt und ich habe mir Home Sweet Home gekauft. Das Spiel reizt mich irgendwie. Es gibt thailändische Mythen. Also, ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Und ich hoffe, das Spiel ist gruselig. Mal schauen. Viel Spaß. Neues Spiel. Ich habe 30 Sekunden reingeschaut. Wegen der Lautstärke. Babe? Ich bin ein Baby. Es ist late, hon. You have to wake up. Okay. Getting up. Baby kann reden, oha. Jane? Wo bin ich? Wo bin ich? Also, das bin ich. Bin ich das? Nein. Also, Notizbuch. Ja, okay. Nimmt das auf? Ja, es nimmt auf. Aha, habe ich vergessen. Timer. So, dann, ja, okay. Tagebuch. Ich liebe Tagebuch. Also, schauen wir mal, wie das Spiel so ist. Finde einen Weg nach Hause. Wie nach Hause? Wohne ich nicht hier? Okay. Also. Aha, Taschen. Was ist das? Taschenlampe. Ah, nein. Batterien. Bitte nicht. Ich will nicht. Oha. Warte mal. Oha. Was ist das? Schon geil. Ja. Guck mal. Was ist das? Taschenlampe. Oh mein Gott. Schon gruselig. Wie? Die Atmosphäre? Also, schon. Also. Also, ich habe Gänsehaut. Guck. Langsam. Lauf langsam. Oha. Elefant. Oh mein Gott. Ich hasse. Oh. Was ist das? Gebet. Oha. Bin ich in Moschee? Pass auf. Ah, da ruft jemand. Okay. Tamam. Genug. Okay. Was ist das? Schlüssel. Zähmarschlüssel. Hast du einen Namen? Ein Schlüssel zum Öffnen von Türen. Hm. So. Dann. Oh nein. Wir müssen lesen. Super. Eine Universitätsstudentin wird vermisst. Eine Studentin der bekannten Universität in Bangkok ist seit zwei Tagen auf mysteriöse Weise verschwunden. Zeugen berichten, sie sei nach Hause gegangen, da sie unter starken Bauchschmerzen litt. Sie hat ihre Tage vielleicht. Also, ich weiß nicht. Vielleicht auch. Aha. Pass auf. Holla. Scheiße. Oh man. Es ist übrigens ein Livestream. Ich nehme auf, damit ich nicht zweimal aufnehmen muss. Ja. Willkommen alle lieben Zuschauer auf Twitch. Ich küsse euch überall. Willkommen. Finde ein Mädchen, um nach dem Ausgang zu fragen. Wieso ein Mädchen? Finde ein Mädchen. Finde ein Mädchen. Lüfte sie das Geheimnis. Okay. Interessant, ja. Wirklich interessant. Was ist das? Okay, rennen. Ja, das Spiel soll übrigens, ich glaube, sechs, sieben Stunden dauern. So wie ich spiele, bestimmt ein bisschen länger. Ja. Keine Ahnung. Was ist das? Aha. Tom. Hallo, FrohMoto. Und, äh, Emmit. Genau. Oh mein Gott. Holla. Was ist das? Oh. Scheiße. Bei mir, ey, voll laut. Oh Gott. Kann ich das aufheben? Okay, ich glaube, wieso gehe ich da runter? Egal, egal, geht da. Warte, ich sitze mal richtig. Ich schweiße. Warte, ich schweiße. Okay. Oh Mann. Oha. Wo ist sie denn? Was? Du willst sie fragen? Willst du sie fragen? Oh mein Gott. Er ist lebensmüde. Nimm das auf. Okay. Okay. Ich komme mal da rein. Oh, holland. Oh, fuck. Fuck. Oh nein. Nein. Scheiße. Was ist das? Oh, Fia. Oha. Oh mein Gott. Oha. Was ist das? Hä? Das kam von draußen, glaube ich. Hä? Ich weiß, jemand Steine da. Was ist los? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, das ist die Tür. Okay. Muss ich zurückgehen? Warum? Ah, es hat gespeichert, oder? Alter, meine Hände schwitzen hier. Wer hat gesagt, wie soll das spielen? Was ist das? Eingang. There you are. Missed. What the fuck? Ah, nein. Nein. Oha. Alter, wieso rennst du nicht? Oha. Oh mein Gott. Nein. Ah, Mann. Ich sterbe. Oh nein. Hilfe. Oha. Was ist das? Was? Bin ich gestorben? Nein. Nein. Mit einem Treffer? Was ist das denn jetzt gewesen? Wo ist Taschenlampe? Die ganze Zeit will ich Taschenlampe? Was will ich sagen? Überhaupt keine Ahnung. Taschenbuch will ich sagen. Oha. Komm mal. Lauf, lauf. Allah. Okay. Okay. Also lauf. Vorher, lauf. Ich bin schnell. Allah. Warte, warte, warte. Nein. 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 Ich muss mich verstecken. Ich glaube, ich muss mich... Ja, was ist das hier? Ich habe nicht mal angefangen. Fortsetz. Fortsetz. Ja, guck. Siehst du? Deswegen hasse ich so Horror-Spiele. Alien Isolation. Alien Isolation. Alien Isolation. Outward. Outlast. Was ist das? Dann einmal... Sie berührt dich und schon tot. Taschenlampe. Okay. Okay, jetzt lauf, Forrest. What the fuck? Fahne. Du bist der Hala? Nein. Hilfe! Mach sch... Geht rein! Nein! Aiiiiiii! Oh, nein! Lan? Was ist das? Gerimlandspiel... Ja, wir werden... Keine Ahnung, wie wir weiterkommen. Also... Ey, Dayo-san und alle Leute, alle Zuschauer willkommen. Ich nehme auf, nebenbei. Ja. Angezockt. Da muss ich... Ich glaube, ich muss da rein. Okay, renn. Lauf, lauf! Fuck! Okay, ist gut. Oh, sie kommt. Nein! Nein, falsch! Okay, okay. Okay. Nein, ist gut. Ich wollte genießen. Ich wollte, dass wir entspannt ein bisschen... schön genießen. Das bedeutet Krieg. So. Die Erfahrung spricht jetzt. Ja, Leute. Jetzt zeige ich euch, wie das Spiel geht. Da bist du. Ja, okay. What the fuck? Lauf. Lauf, 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 lauf. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Aha, aha. Alles gut. Scheiße. Alter, was ist los? Nein. Das darf nicht wahr sein jetzt in einem Angezockedio. Ich sterbe eigentlich nie in einem Angezockedio. Also, das könnt ihr mir glauben. Ich sterbe nie. Komisch, was ist passiert jetzt? Ich weiß nicht. Weiß jemand von euch, wie wir da weiterkommen? Oder soll ich jetzt da Bauchschmerzen bekommen? Was ist das hier? Also, warte mal. Ich teste mal. Oh, Mann. Vielleicht muss ich Taschenlampe ausmachen. Ah, Rätsel. Also, deswegen. Tamam, alles unter Kontrolle. Tamam, jetzt ist gut. Jetzt. What the fuck? Was ist das? Tamam, mach weg. Alter. Oh. Siehst du mich? Siehst du mich? Nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Fünf Minuten gespielt. Wir kommen nicht weiter. Das darf doch nicht wahr sein. Also, warte jetzt. Sie kommt. Oder? Kommt sie? Warte mal. Aha, ich habe eine Idee. Nein, ich habe keine Idee. Warte. Sie kommt. Dann gehe ich so. Dann laufe ich. Dann. Viel gibt es ja nicht. Abknallen. Mit was denn? Soll ich Buch lesen, wenn sie kommt? Alter, das darf doch nicht wahr sein, dass wir jetzt nicht weiterkommen. Wo ist Taschenlampe? Ah, da ist sie. Naja, der Gang war ja auch klein. Ja, aber wo? Oh, da bist du. Da bist du. Naja, du bist. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? was ist los ja wie kommen wir da weiter weiß das jemand meine lieben zuschauer niemand hat wieso komme ich jetzt da nicht weiter kannst du nicht in der schrank habe ich versucht ich habe probiert geht geht nicht so scharmut da ja guck 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 muss ich verstecken geht ja nicht oder geht nein 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 okay ich hab's gefunden ja wir haben es gefunden die werden es finden ja danke gott ich liebe dich also wir haben das jetzt frag mich ich finde ich finde alles so ich muss dort im schrank aber wie die 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 kommt ich hasse dich ich mach gleich die tür zu warte mach die tür zu wieso macht die türen nicht zu ja aha nein okay okay leute wir schaffen das jetzt ich muss sofort um machen ich muss sofort um machen und dann okay 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 es ist 50 grad in meinem also okay okay come on come come Alter, lass mal diese Ja, danke Danke Ja Ist das was? Hast dich mit dem falschen angelegt Oho Oh nein Soll ich rausgehen? Ich hab Angst Oh Mann Oha S**t Geh weg Hadi 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 canım, hadi Lauf Machu Geh weiter Geh weiter Danke Wir haben es geschafft Oh Fast Kind ist gekommen Aber gut, wir haben es geschafft So, schön Jetzt genießen wir Bisschen So, jetzt kann ich euch die Marmor Steine zeigen Auf dem Boden Gefahr Du musst hier weg Oh Gefahr Mach zu Mach Lass Was ist das? Boah Gibt es nichts zum Ich will was lesen So, was schönes So, Zeitung wäre gut Oder Keine Ahnung Etwas Entspanntes Ey Die Ey, schlimmer als Outlast Mach du zu Es zieht Es zieht Ah Gefängnis Lass Okay Also Will ich da rein? Nein Ja Was ist das? 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 Das ist Zange? Ah Noch nie gesehen Was macht man damit? Stahlzangen zum schneiden Was schneide ich dann? Ah, das Oh nein Rätsel Ja, ich muss das Video jetzt beenden Ich bedanke Warte Die Musik ändert sich Es wird dunkel Ich glaube ich muss da Nein Ah, ich muss zurück zum Gefängnis Ah Oh Mann Sie kommt Ich glaube Was ist denn? Nein 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 Ich bin Ich bin nicht bereit Kommt sie Boah Mach schon Mach zu zu Junge Junge Boah Sie kommt sofort Boah Boah Okay Was ist das? Was ist das? So, sicher ist sicher Was ist das? Okay Sie ist da wieder Was ist das? Wo wohnt sie hier? Was ist das überhaupt? Hochschulhaus? Willst du wirklich da rein gehen? Ich weiß nicht Boah Okay, gehen wir mal da rein Da sieht es sicherer aus Mach zu So Ah, Mass Effect Sie haben Mass Effect In Thailand Echt? Haben sie das auch? Habe ich nicht erwartet Okay Schuhe Guck mal, die mögen so diese Schuhe Ne? Diese Asiaten Also diese Asiaten Ich meine Wir Europäer Mögen Also ich mag nicht Ich bin auch kein Europäer Ja Diese Wie heißen die? Sandalen Naja Okay Also ich geh mal Da ist nichts Zum Glück Langsam Guck da baden sie Da sitzen sie Okay Ist bisschen klein Irgendwie Aha Sehe ich mich selber? Nein Okay gut Sieht sauber Also Wenn du mich fragst Sieht sauber aus Ja Boah Ohlan Lan Nein Nein Alter was ist los? Ja Danke Gentlemen Okay Oh man Oh mein Gott Schwitze Sauna Also ich geh mal da rein Ah es hat sich geändert Oder? Pass auf Ohla Ohaja Lan wie machst du Türe auf? Hast du keine Familie? Was ist das? Ah da kann ich mich verstecken Was ist das? Topf Tamam genug Versteckspiel Warte Versteckspiel Nein Lüfte sie das Geheimnis Also Kannst du bitte hoch Hey Die Frau sucht mich Oder? Nein Ich glaube sie hat besseres zu tun Oder nicht Was wird sie mit mir? Wieso geht es da nicht weiter? Jetzt kommt was Wetten? Ich weiß es Aha Es geht weiter Okay dann kommt nichts Oh Gott ich kenne das Aus The Shining Kennt ihr? Ja Ich kenne auch Ja Leute ich Ich würde euch gerne so viel zeigen Von dem Spiel Aber Pass auf Aber Ich will Ich will Ich glaube sie wohnt da Soll ich wieder rein? Ich muss Speichert das Spiel? Alter Bitte Pfff Ok ist zu Ok Aha Gut das Ich liebe sowas Nein wirklich Wenn die Türen geschlossen sind Ich liebe Warte Habe ich jetzt Runde gemacht? Warte mal Die Sandalen sind nicht da Nein Nein wir haben keine Runde gemacht Was ist das? Ja also Schon gruseliges Spiel Finde ich jetzt Aha Ok langsam Number 5 Ok Öfter Fans 5 Werbung Von wo bin ich gekommen? Warte mal Scheiße ich hasse sowas Orientierung ist Null Ich glaube ich bin von hier gekommen Genau Das heißt wir müssen da Aber renn lieber nicht Man weiß nie was kommt Also Aha Es hat gespeichert Ja Die Holzpaletten versperren den Weg Finde etwas Um sie kaputt zu machen Da muss ich Zange geht nicht Warum Warum? Ja Was soll ich suchen jetzt hier Soll ich die Sandalen mitnehmen? Pass auf Ventilator Ok wir brauchen etwas Habt ihr was gesehen? Ich habe nichts gesehen Guck Guck Für was ist das? Was ist das? Für was ist das? Ich will es nicht wissen Ich will es nicht wissen Ja Laat Ok Also Kein Problem Aha Kein Problem Mach 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 Tamam Bleib Warte mal Wie kann ich das machen? Geht nicht mehr Ok Vorhin ging Jetzt geht nicht mehr Oh Muss jetzt alles zurück gehen Oder was? Bitte nicht Nein ohne Scheiß bitte nicht Ja Uff Da sind wirklich Sandalenfreunde Warte ich geh mal so Warte ich geh mal so Aber von da bin ich gekommen ne Mein Gott Da Warte mal da war ich noch nicht Oh nein Oh nein Guck nicht Passiert nichts Was ist das? Nichts Aber wisst ihr was mir gefällt Dass wir nichts sammeln müssen Das finde ich super Ohne Scheiß Das finde ich super Dass wir nichts sammeln müssen Ey Bitte nicht Nein nein Ist gut Aha Was ist das? Ich kenne Ich kenne das Markierung Sie markiert Was ist das? Verhexte Nägelfluch Ja Ach etwas zum Lesen Danke Gott Du hast mich Der Verhexte Nägelzauber Hast du jemanden so sehr Dass du dir seinen Tod wünschst Dann bist du hier richtig Durch diesen Verhexte Nägelzauber wird deine Zielperson unter Nägeln leiden Die durch den Magen stechen Es kann tödlich enden Dieser Zauber existiert seit vielen Generationen Und kann heute noch manchmal beobachtet werden Oh was ist das? Anleitung Anleitung Oh nein Was heißt Anleitung? Fja Du brauchst etwas von deiner Zielperson Wie einen Nagel oder Haare Haare Dann stecke dies in die Puppen aus Friedhofslehm Friedhofslehm? Was ist das? Und wickele die Puppe anschließend mit dem heiligen Faden Der bei Leichenverhüllungen verwendet wird Nicht mit heiligem Faden anderer Zeremonien Durchsteche die Puppe mit Nägeln Die zur Versiegelung von Zergen genutzt wurden Von Personen die auf unnatürliche Weise verstorben sind Sobald dies geschehen ist Wird deine Zielperson unsagbare Magenschmerzen bekommen Da der Magen mit verhexten Nägeln gefüllt ist Nur geübte Hexer können dies vollbringen Keine Novizen Okay Notiz mit Chase Nummer Bring das zu Chai Schalles Haar und Nägel Warte ich schreibe das mal auf Okay bis gleich Daio Ich schreibe das mal auf Ladies and Gentlemen Damit wir das haben 7 5 8 Gut Gut Also schon gruselig Spiele Jetzt ohne Scheiß Also Ist die geschlossen? Leider nicht Gut 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 Ach was suche ich jetzt? Boah Guck mal Tschüss Werden jetzt Leute Meine Erfahrung sagt Wie Wir nehmen das Und was passiert dann? Weißt du was passiert? Das passiert Dann kommt er Und dann muss ich mich voll beeilen Ich weiß es Ich weiß es Vertraue mir Ich kenne mich aus Guck jetzt Guck ich berühre Guck jetzt Guck Tamam Aha Scheiße Ich weiß es doch Mach aus Licht aus Oh scheiße Scheiße Lan Oha sie kochst Okay Bitte lass mich Ich bin ein guter Mensch Oha Oha Was ist das? Come back Come back Come back To me Okay Junge Junge Tama Mach Licht aus Okay Ich warte mal ein bisschen Geh weg Wir wollen dich nicht Oha Sie sucht mich Oha Sie sucht mich Ich hab meine Füße Gefahr Du musst hier weg Danke vielmal Wirklich für das Info Was los? Okay Da sind wir sicher Och Genieß doch Genieß das bisschen Jetzt müsst ihr ein bisschen genießen Ah Ratten Ich liebe Ratten Das ist wirklich schön Ich liebe Tiere Sie kriegt doch nicht oder? Ah Chucky Tochter von Chucky Jemand weint Licht aus Nein Guck Sie ist auch ein Mensch Geist oder nicht Sie ist auch ein Mensch Guck wie sie weint Eigentlich sieht sie gar nicht schlecht aus Also wenn sie lieben würde Ich glaube sie ist tot Mach Licht aus Mach Licht aus Oh nein Was das? Schlange? Nein Da gibt es auch keine Schlangen Okay Gut gut Wir kommen gut voran hätte ich nicht gedacht Also ich muss sagen Das Spiel ist besser als ich gedacht habe Ja Ganz am Schluss des Videos werde ich euch auch sagen Wie viele Punkte ich gebe Ja Zehn Punkten Mal schauen Seltsame Puppe Was ist das? Ist das was ich denke? Definitiv Interessant Sich umarmende Puppen Ah sie umarmen sich Achso Okay Umwickelt mit dem heiligen Faden Okay Gut Begehrlichkeitsfluch Was heißt das denn? Der Begehrlichkeitsfluch ist ein Fluch der Menschen dazu bringen kann sich zu verlieben Das interessante Markenzeichen dieses Fluches sind zwei sich umarmende Puppen Eine weibliche Eine männliche Und umwickelt mit dem heiligen Faden Anleitung Forme zwei Puppen aus Friedhofsleben und setze etwas dass der Zielperson gehört in einer der Puppen Es können Legel oder Haare sein Dann wickele die Puppen mit dem heiligen Faden zusammen der bei Leichenverhüllung verwendet wird Nur geübte Hexer können dies vollbringen Keine Novizen Leg die zusammengewickelten Puppen Anschließend unter das Kopfkissen deiner Zielperson Aha Okay Schön So und dann Thailand Ah guck Schon schön Und dann Jetzt muss ich zurück Scheiße Keine Lust Oh Mann Es war so gemütlich Kann ich da nichts machen? Nein Okay gut Finde ich gut Finde ich super Nix kraften Ah warte Jetzt fühle ich was Ich fühle was Es kann was Jeden Moment kann was kommen Warum Da sind wir nicht alleine Ne? Ah das bin ich Ah ok Ich habe Bauchschmerzen bekommen Jetzt ohne Scheiß Weint sie? Sie weint nicht mehr Scheiße Warum? Schon vorbei Oh mein Gott Jetzt kommt was Ich fühle Scheiße Hallo Chucky Schwitze 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 Oh nein Muss ich jetzt alles zurückgehen Oh Mann Kannst du dich ein bisschen schneller Kriechen? Ja Oh Ok ok Alles gut Leute Alles unter Kontrolle Macht euch keine Sorgen Ich bin Sprock Und wie sind Was ist das? Ist das Sackgasse? Oh mein Gott Wenn ich mich drehe Es passiert etwas Ich kenne mich aus Hi Ist alles gut Hey warum? Was ist das? Hiss Oh Mann Be Ja Allah Allah Wo mus ich jetzt? Da passiert etwas Onne vit Auf Kind kommt Kind kommt Da komme ich nicht durch Okey Also Kollege, wo ist diese Frau? Wo bist du? Super. Willst du mitkommen? Okay. Oh Mann. Komisch. Wir haben doch alles angeschaut, oder nicht? Was ist das? Ist das Tüde? War das wohin da? Nicht dein Ernst, oder? Habe ich diese Runde gemacht? Unglaublich. Aber habe ich nicht gesehen. Langsam, langsam. Langsam. Was ist das? Zum Verstecken. Okay. Oh, bis du dich versteckst. Oh, schon im Delirium dann. Aber schon schön, dass man nichts sammeln muss. Wirklich, man genießt fast. Man genießt es fast. Oh, wow. Oh, scheiße. Nein. No. Geh weiter. Alles unter Kontrolle, Leute. Ich kenne sie langsam. Langsam kenne ich sie. Keine Sorge. So. Aha. Wie man sieht. So, schauen, nachschauen. Nein, nein, nein. Lebensmüde bin ich noch nicht. Also, wir gehen mal weiter. Schon schön. Wenn wir ohne Probleme vorankommen. Ich liebe Blut. Aha. Da muss ich durch. Okay. Aber schon bauchschmerzen, das Spiel, ey. Ach, da guck, da kann ich auch verstecken. Okay. Schließen, bitte. Sonst windet's. Hat gespeichert. Ich liebe das. Wenn man nicht selber speichern muss. Wenn das Spiel speichert. Weißt du, wie schön ist das? Niemand schätzt. Was ist das? Rätsel. Nein. Ich will nicht. Oh, fuck. Oh. Oh. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Mach schon, mach schon. Ja. Kein Problem. Wir haben's geschafft. Du hast keine Chance. Kommt sie zu mir? Nein. Ich glaube nicht. Nein, oder? Nein. Ja. Wir haben's geschafft. Oha. Sie sieht aus wie diese Frau aus Mirrors Edge. Oder wie das Spiel heißt. Halt dir. Halt dir. Gut, gut. Gut, gut. Wir müssen uns diese Verstecke merken, damit wir uns verstecken können. Damit wir schnell handeln können. Genau. Schnell handeln. Also. Bist du weg? Kann ich raus? Nein, nein. Ich warte lieber. Wow. Mega lang. Nee, oder? Wow. Ist sie weg? Nein. Nein, sie wartet da. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Nein. Ich glaube, ich muss mich bücken, oder? Ah, fuck. Ich weiß nicht. Aber es hat gespeichert. Also daher. Oh, fuck. Oh, Mann. Was ist das? Kurt. Bist du, Kurt? Die Tür kann nicht geöffnet werden. Die Sicherung scheint kaputt zu sein. Eie. Und da muss ich jetzt rein, ne? Was ist das? Okay, die funktioniert nicht. Die ist, die, 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 die Sicherung ist sicher da drin. Bestimmt. Aha. Okay, sie läuft nicht. Oh, ey. Lauft sie? Ich glaube. Ja, es hat gespeichert. Oh, ich glaube, oder? Das, das rote ist speichern. Ja, ja. Gut, gut. Sieht sie nicht? Nein. Kann sie das sehen? Ich hoffe nicht. Aber, was ist das? Spähen. Wie, wie? Wie soll ich? R2. Oha. Ich komme. Oh, ich glaube, sie kommt. Land. Was ist das für Spähen? Habe ich noch nie gesehen. Ob ich Bauchschmerzen, Rücken schmerzen hätte. Ah, jetzt geht's. Okay. Warte. Oh, nein. Oh, nein. Also, ich werde jetzt versuchen, Leute. Alles oder nichts. Soll ich mal probieren mit Taschenlampe? So sieht man ja nichts. Ja, ja. Komm. So intelligent ist sie eh nicht. Oder? Pff. Oha. Land. Kannst du. Aichi. Okay. Was suche ich gerade? Sicherung. Okay. Ich glaube, wir suchen Sicherung. Oh, fuck. Falschknopf. Habe ich jetzt zurück. Sick. Warte. Nein. Warte. Oha. Okay. Macht Licht aus. Besser. Sieht man? Ja, ja. Man sieht. Ui, 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 ui. Okay. Oh, man. Ja. Alter, was ist das? Ich habe Runde gemacht. Nicht dein Ernst. Ich bin nochmal zurückgegangen. Oh, man. Adrenalin. Wirklich. Sie ist ganz nah. Sie ist ganz nah. Okay. Ich gehe mal da. Home sweet home. Mein schönes Zuhause. Werde ich dich jemals wiedersehen. So. Gehe ich mal da lang. Alter. Ah, da ist sie. Guck. Jetzt habe ich sie gesehen. Okay. Ich habe den Weg gefunden. Glaube ich. Ja, ich glaube ich muss da lang. Wenn sie weg geht, gehen wir mal da lang. Da ist sicher was. Aber schon gemein. Sie packt dich und dann bist du sofort tot. Finde ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ein bisschen blöd. Oh nein. Was ist das? Okay. Beschreibung. Schockierend. Hexerei ist für verschwundene Studentinnen verantwortlich. Das Ermittlungsteam war schockiert, als Beweise für satanistische Machenschaften im Zimmer des vermissten Mädchens gefunden wurden. Sie wird seit dem 26. September vermisst. Diese schockierende Entdeckung. Okay. Gut. Also. Was muss ich? Die Tür kann nicht geöffnet werden. Die Sicherung scheint kaputt zu sein. Okay. Also. Was machen wir? Was machen wir? Oh Gott, ich will nicht jetzt sterben, ne? Abgeschlossen. Ich glaube, sie läuft eh nur da gerade aus. Also. Wir müssen eigentlich da locker vorankommen. Okay. Oh Gott, oh Gott. Aber schon ein bisschen gemein. Wenn sie dich einmal erwischt, bist du tot. Naja. Finde ich ein bisschen nervig. Das Spiel müsste öfters speichern. Aber ich muss sagen, es gefällt mir besser als diese Walking Simulator. Oder so wie die heißen. Diese Spiele. Diese Horror-Spiele. Möchtet ihr gerne Horror-Spiele, wo nichts passiert? Ja. Nee, danke. Okay. Aha. Also. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Oh nein. Oh Scheiße. Scheiße. Scheiße Bücher, diese. Ich sehe ja nichts. Oh mein Gott. Oh Gott, sie kommt. Ist da was? Nein, oder? Oh. Scheiße. Hey. Sie läuft da. Sie wartet da. Sie weiß, ich muss da durch. Bestimmt ist es da hinten. Ich muss bestimmt da rein. Oh Gott. Geh mal weg. Okay. Ja, ich geh mal so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Wir haben es geschafft. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Ja. Halleluja. So. Nein. Danke viel mal. Haben wir es geschafft? Ich glaube. Nein. Was ist das? Sony. Okay. Sicherung. Eine funktionierende Sicherung für Stromkreisläufe. Aha. Oh nein. Alter nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt kommt sie nicht raus, oder? Oh fuck. Oh fuck. Geh weg. Bitte geh weg. Shit. Ich wollte das ausmachen. Ging aber nicht. Ich glaube, ich muss das ausmachen. Nervig ist das. Ich glaube, 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 ich höre sie. Ich werde jetzt gehen. Echt kacke. Oh Gott, 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 Gott. Mach mal auf die List. Fuck diese. Okay, wir haben die Sicherung. Wir kommen jetzt voran. Ja, wir können jetzt da einfach vorbeilaufen. Kommt sie wieder dahin? Nee, oder? Kann schon sein. Oh, Mann. Sie kommt, kommt sie da lang? Oh, Gott. Aber ob sie da zu mir kommt? Oh, nein. Nee, nee, sie geht. Ja, wir haben es geschafft. Okay. So, jetzt da. Schnell, schnell, schnell. Ja, wir haben es geschafft. Oh, Gott. Super. Lauf, lauf, lauf. Ich glaube... Oh, Mann. Ja, wir haben es geschafft. Juhu. Schnell. Kann ich laufen? Nein, nein, lauf nicht. Lauf nicht. So, Mann. Voll nervige. Soll ich die Tür schließen? Ah, ich kann. Nicht so laut. So, geschafft. Halleluja. Schnell. Bevor sie kommt. Beeil dich. Oh, Gott, oh, Gott. Bitte speichere. Gefahr. Du musst hier weg. Aha. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott. Was ist jetzt schon wieder? So, gespeichert. Und ja, so. Und jetzt sage ich meine Meinung zum Home Sweet Home. Ja, ladies and gentlemen, wie soll ich sagen? Also, ich finde das Spiel ganz gut. Wenn man Horrorspiele mag, ist das definitiv ein gutes Spiel. Ist ganz okay. Ja. Ich habe in letzter Zeit ein paar Horrorspiele gesehen. Also, da passiert einfach nichts. Diese Horrorspiele. Es gibt so viele Horrorspiele. Und da passiert so wenig. Und das ist so langweilig dann. Man muss die ganze Zeit warten. Also, nach Outlast. Okay, Leia is off. Hier eins habe ich gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Aber es ist halt auch mehr so psychisch gewesen. Nicht so Horror. Also, ja, es geht. Aber das finde ich jetzt. Es gibt Jumpscares. Und ganz gut. Ja, es war auch nicht teuer. 34 Franken. 90 habe ich bezahlt. Ist auch Playstation 4 VR kompatibel. Ist das. Ja, finde ich ganz gut. Asiatisches Spiel. Thailändisches Spiel. Ja. Basierend auf thailändischen Sagen und Mythen. Die Steuerung finde ich auch ganz okay. Die Grafik ist natürlich jetzt mittelmäßig. Da sieht, glaube ich, Leia Sophia 2 besser aus. Aber irgendwie ist das unterhaltsamer. Also, falls man wirklich ein Horrorspiel sucht, dann ist das, glaube ich, eher was. Und nicht wie in Leia Sophia 2. Die ganze Zeit Rätsel bist du am Lösen. Okay, wenn man das mag, ist gut. Ja. Bei mir muss das jetzt nicht unbedingt sein. Finde ich ganz gut. Von 10 möglichen Punkten würde ich für das Spiel 7 Punkte geben. Macht wirklich Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Ist schon gruselig. Also, auf jeden Fall. Die Atmosphäre und die Musik. Und wie sie dich sucht, die ganze Zeit. Ist schon nervig. Aber macht Spaß. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.